Hallo, möchten Sie was kaufen? Wer bist du denn? Was machst denn du auf meinem Platz? Ich arbeite hier, das ist mein Laden. Sicher nicht, das ist mein Laden. Der Chef hat gesagt, das ist jetzt mein Geschäft. Was? Chef? Hey Chef, haben Sie dem neuen meinen Laden gegeben? Ja, ich wollte eh noch mal... Aber das ist doch mein Geschäft. Den führe ich schon seit Release. Ja, aber der Laden hat nicht mehr die Zahlen geschrieben und wir wollen ein bisschen frischen Wind reinbringen. Was denn für frischen Wind? Ja, wir wollen zum Beispiel den Service erweitern und bieten eine Rückkauf-Funktion für die Spieler. Ja, das willst du doch niemals durchsetzen. Ja, aber es gab auch einige Beschwerden über dich. Was denn für Beschwerden? Naja, oft bist du nicht an deinem Platz gewesen, als Spieler in deinen Laden gekommen sind. Ja, ich war halt auch mal kacken. Dann hast du auch den Spielern auf den Weg blockiert. Ja, die hätten doch einfach mal was sagen müssen. Und dann war ja noch dieser eine Tag, an dem dein ganzer Laden ausgeraubt wurde. Oh, wie oft denn noch? Ich konnte durch den Topf einfach nichts sehen. Pass auf, bleib ruhig. Ich habe was anderes für dich, okay? Ja, nur hoffentlich was Gutes. Die Maiglöckchen blühen zu dieser Jahreszeit ganz besonders schön. Ja, die nochmals haben. Die Maiglöckchen blühen. Also, die es berühlt, auf der Aufstellungen sind. Das war auch.